Also in Teams habe ich hier so eine Excel-Tabelle, wo die Schüler ihre Namen für Referate eintragen und dann gab es diese Beschwerde, irgendjemand hat jemand anders gelöscht, weil er ein nettes Thema wollte und jetzt geht es darum nachzuschauen, wer hat wen gelöscht und das geht in Teams. Man geht dazu in Dateien, das ist diese Tabelle, die Excel-Tabelle mit den Namen auf drei Punkte und dann in SharePoint öffnen, hier ist es, dann bin ich da. Ja, jetzt wieder drei Punkte und Versions-History und dort bin ich dann schon. Und hier sind die Namen und Datum und da kann ich jetzt hier noch draufklicken und dann kann ich View, also mal öffnen, nur ein bisschen durchklicken, Restore, das ist vor allem, wenn einer aus Versehen alles löscht, dann tut man eine Restaurieren und irgendeine Version löschen. Und allein die Drohung, dass man das machen könnte, sollte eigentlich schon verhindern, dass einer Blödsinn anstellt.